Hallo und herzlich willkommen zu, ich sag mal, Folge 2 unseres unglaublich schönen Let's Shows von Eurozucker88. An meiner Seite der Starkiller von TelespielTV Channel und ich bei euer Mr. Venom1974. Und wir kredenzen euch dieses unglaubliche Spiel, dieses Potpourri des Fußballgenusses und Geschmackes. Und es geht weiter mit der DDR gegen Ungarn. Und ich weiß wirklich nicht, was ich noch dazu sagen soll, zu diesen schönen einführenden Worten. Ich bin richtig sprachlos. Ich hab in der Zwischenzeit übrigens bei iTunes schon mal The Saints Go and Marching in die Maxi-Version bestellt, ich weiß nicht warum. Ich find das großartig. So, wir können kurz erzählen, wir haben gegoogelt. Also, die Europameisterschaft 88 war in Deutschland, hätte man wissen können. Ja, wäre besser gewesen auf jeden Fall. Und die Niederlande ist Europameister geworden. Und ich konnte mich dann sogar noch an das Halbfinale, natürlich Deutschland-Niederlande, das hört ja immer 2 zu 1 auf, erinnern. Und ja, da war dann irgendwie auch noch was, wo sich, glaube ich, Ruth Gullitz, glaube ich, auch wieder ganz groß verdingt hat mit tollen Aussagen. Wird ja immer gern gemacht. So, äh... Äh, also... Pannen-Oli wäre besser mittlerweile. Äh, ja. Und bevor er das wissen will, nein, ich mach das nicht mit Absicht, sondern ich will hier schon gewinnen. Spielt das Spiel einfach mal selber. Mhm. Gibt ja den einen oder anderen, der spielt gerne mal Fußballspiele, macht auch komplette Seasons. Mach das doch mal hier. So, komm. Nein! Boah, war das knapp. Das war knapp. Er hat so noch gerettet. Mein Gott. Ja, da soll einer sich beschweren. Das ist hier mal richtig, äh, das geht hier richtig auf die Pumpe, das Game. Mhm. Das muss mal einer schaffen, würde ich sagen. Aber ich finde auch wirklich klasse, wie der, wie die Ballführung hier ist, ne? Alter, das ist großartig. Das ist wirklich gelöst, alles. Oh, jetzt fliegt der Ball aber mal ganz weit. Dann kannst du den Ball nicht abluchsen. Nein. Faulen geht hier auch nicht, ne? Faulen geht hier auch nicht. Nein, das ist ja also hier, da wird noch richtig, richtig schöner Sport getrieben. Fairplay, wie es dich gehört. Ja, ich sag da, also das ist, äh, vielleicht auch mal irgendwie für Leute, wenn ihr faule Programmierer seid, lasst einfach mal die Hälfte der Features weg. Boah, ich greife mir wieder den Ball. Weil sonst kann ich keinen Abstoß machen. Und dann ist Abstoß. Und er nimmt eh nach dem Ball mit. Das ist so klasse, ey. Toll, das ist ja so genial, du machst den Abstoß mit voller Kraft und weißt schnell, als der Ball fliegt. Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, realistischer geht's ja kaum. Nein, das ist Originalphysik. Also das ist, äh, muss ich zu viel... Ja, wobei EA weiß ja, was der Konsument braucht. Ja, das wird dann alles, was dir jetzt hier angeboten. Richtig, also deswegen, da sehe ich ganz locker, ich glaube, äh, das, was so mit der Xbox One hier abgeht, genau in die Richtung muss es gehen. Hm. So, jetzt möchte ich aber doch nochmal einen Ehrentreffer machen. Oh, yeah. Ähm, vorderwissen wir, nein, man kann ja auch keine Strategien wechseln oder so. Äh, ich weiß, ich glaube, wahrscheinlich gibt es noch nicht mal eine Möglichkeit auszuwechseln. Warum auch? Es gibt ja auch keine Fouls, also... Eben. Und irgendwelche Skill-Level haben die auch nicht. Ich glaube, die sind auch alle gleich, außer dass die KI gefühlt immer ein bisschen schneller ist, aber... Hm. Und die KI weiß ja schon, wo du hinläufst und, äh, reagiert entsprechend. Ja, und du siehst, äh, die Abwehr reagiert nicht. Hahaha. Das war mal richtig hier, Profi-Torwart. Boah. Immerhin, der dritte Torwart srichtet's. Also, wenn das, äh, einer, äh, professionell kennt, oder als, äh, wobei die wenigen Leute, die das gespielt haben, ähm... Wenn ihr aber wirklich Profi in diesem Game seid, ich möchte das, äh, ich möchte Tipps, also... Ja. Wenn ihr mir sagt, wie ich hier Europameister werden kann, ich tue das. Ich lass aber die Musik laufen. Komm, halt ihn! Oh, super. Er wirft sich in den Dreck. Das war so eine Parade. Äh, äh, es ist also... Also, im Augenblick, äh, jetzt klappt's zwar fast mit der Abwehr, gut, ich lieg auch schon 2-0 hinten, aber es klappt mit der Abwehr, äh, aber jetzt klappt's überhaupt nicht mit dem Sturm. Hahaha. Ich seh schon, vielleicht kann ich im dritten Spiel tatsächlich 0-0 halten. Hahaha. Das wäre doch schon mal ein Erfolgserlebnis, mal einen Punkt mitnehmen. Ah, es ist großartig, also... Weil immerhin zwei Tore hast du schon mal geschafft. Sag, komm. Weiter. Weiter, 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 und draufhalten! Einfach rein, einfach rein, und... Das hat so... Also, ich glaube, jede E-Jugend, glaube ich, äh, würde die Leute hier auslachen. Ich denke mal, selbst eine Kindergartenmannschaft, die einfach nur hinter den Ball her rennt, ohne zu wissen, warum, spielt das besser. Oh, ist schon Halbzeit. Ach. Ja, es ist so Ung... Ich glaube, das ist das Ungarn von 54, ne, weil sonst in letzter Zeit habe ich von Ungarn nicht so viel gehört im Profifußball, aber... Vielleicht spielen wir ja hier auch ein Best-of aller nationalen Mannschaften. Ja, das Wunder von Bern, wo noch Ungarn richtig stark war. Ja. Ja, weil die spielen unglaublich dicht im Mittelfeld. War nicht... Ich glaube, Lothar Matthäus war da auch schon mal Trainer in Ungarn, ne? Mein Guter war, es war eh bei jeder osteuropäischen Mannschaft, glaube ich, aber... Ich glaube, das ist Bedingung. Gebt ihm eine Frau, dann wird er Trainer. Genau, anstelle von Geld will er eine osteuropäische Mannschaft. Eine osteuropäische Frau haben. Genau, aber bitte nicht älter als 16. Natürlich nicht. Weil ich muss ja mit ihm noch alt werden. Äh, genau. Sie muss ja als seine Enkelin durchgehen. Ja gut, kriegst du mal Karten im Zoo und so, also... So gesehen, das hat auch irgendwo Vorteile. Ja. Ihre Frau kommt noch rein für einen halben Preis. Genau. Ist das richtig? Man kann hier nicht mal kontrolliert die Spieler wechseln, ne? Das hat er bis jetzt auch nicht geschafft. Mein Gott, ey, das ist... Das ist fast wie der Micro Pro Soccer, nur ohne Spaß. Ja, Micro Pro Soccer hast du wenigstens sowas in den Bananenflanke. Da kannst du damit ein bisschen zaubern. Aber hier, ähm, ich bin einfach sprachlos momentan. Wer wissen will, was ich wirklich von, äh, dieses Spiel halte, ähm, der soll bei mir auf den Kanal schauen. Ich hab's mal getestet vor ewigen Zeiten. Ja, aber, äh, wegen dir wurde das Spiel ja dann verkauft. Ja, und ich hab davon keinen Cent gekriegt. Das ist traurig. Ja, und deswegen muss ich deine Qualen hier nacherleben. Diesen absoluten Jahrhundertstitel. Was mich jetzt aber interessieren würde, ob die Käufe des Spiels damals den Hersteller auf Schmerzensgeld verklagt haben. Warum nicht? Also ich geh davon aus, irgendeine Zeitung hat das Spiel bestimmt als Spiel des Jahres gewertet. Obwohl, das weißt du doch immer. Das ist doch genau. Hat nicht irgendwie, äh, die ASM oder die Powerplay oder was es dazu derzeit noch alles gab, das nicht hier als Jahrhunderterfolg? Da musst du dich enttäuschen. Die waren da ausnahmsweise mal einig, die beiden. Oh. Oh. Aber es ist ja auch selten, dass Briten kein Fußballspiel hinkriegen. Ich meine, die können selber im Augenblick nicht mehr spielen, aber... Weil hier kannst du auch nicht mehr machen, außer Kick and Rush. Ja. Du kannst ja keine Strategie aufbauen, gar nichts. Obwohl, das ist eher Kick and Walk oder so, ne? Kick and, äh, gehen. Boah. Boah, toller Flug. Leider in die falsche Richtung. Äh, liege ich schon 6-0 hinten? Ich zähle gar nicht mehr. Also, ich meine, auf jeden Fall könnte er eins uns nicht beschweren. Ihr seht hier eine Menge Tore. Mhm. Vielleicht ein bisschen ausgeglichene Händen, die Spiele sein können, aber pff. Ja. Sind wir nochmal ganz ehrlich. Na, also ihr seht ja definitiv pro Spiel eine wirklich hervorragende Mannschaft. Mhm. Und ein Mr. Venom. Was meistens immer... Boah. Ein und sehr, hast du das gesehen? Also, ich möchte kurz darauf hinwählen, also, wenn es etwas gibt, also, äh, ich ziehe meine Meinung zurück. Schreibt doch übrigens jetzt mal in die Kommentare, ob es so langsam angeht, dass euch die Musik auf den Nerv geht. Ob wir es jetzt erreicht haben. Und in zwei Wochen schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr die Musik schon aus dem Kopf rausgekriegt habt. Ich werde die jetzt überall reinmischen. Genau. Unverschallige Werderbotschaft, kauft euch das Spiel. Eurozocker 88. Empfohlen von Ratiofarm. Das ist übrigens doch was... Da gibt es doch genug harte LPler da draußen, die wirklich hart sind, die gesagt haben, wir haben jeden Schrott gespielt. Hä? Wir haben was für euch. Genau. Macht Antwortvideos. Macht doch einfach ein endloses Let's Play, bis ihr den Titel habt. Und wenn ihr das Spiel verloren habt, scheißegal, spielt es nochmal. Genau. Es müssen, glaube ich, so 10 zu 0 stehen. Nach jeder Saison gibt es eine neue Saison. Ach, der Spiel ist doch schließlich vor dem Spiel. Es ist immer eine Chance da. Weil es jetzt auch komplett zu mir spielen können, du Horst. Boah. Ist aber wirklich genial. Also ein Spiel, wo du nicht grätschst. Nee, war knapp dran. 11. Ja, sag mal. Achtung, hier, pass auf. Lustig, lustig, lustig. Warum 11 zu 0? 11 Freunde müsst ihr sein. Hä? Hä? Was hat zwei Daumen und ist witzig. Beschwerdebriefe gehen bitte an Mr. Venom 1974. Wir könnten jetzt nur anstimmen. Das schöne Lied von Franz Beckenbauer. Mit Freunde sollen sich niemals trennen. Oder das Lied von Knorr ist auch großartig. Aus seiner ersten Werbespots überhaupt. Sollen wir noch 10 Minuten über die Karriere von Franz Beckenbauer herziehen? Über die vor oder nach dem Fußball. Das weiß ich nicht. Aber dieser Mann, der natürlich Weltmeister geworden ist. Der natürlich als Trainer Weltmeister geworden ist. Und noch die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt hat. Frau Merkel, was machen Sie falsch? Meinst du denn, um mal was ganz Tolles zu machen, es hat ja noch nie eine europäische Mannschaft in Südamerika gewonnen. Meinst du, das wird sich 2014 ändern? Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Mannschaften sich bis dahin entwickeln. Ja gut, also wenn Messi... Also wenn Messi so weitermachen wird, dann kannst du Argentinien wegstreichen. Das kannst du so oder so. Ja, dann bleibt hier eigentlich nur Brasilien. Ich tippe mal nicht auf das Comeback von Uruguay. 80 Jahre später. Ich dachte, das würden sie höchstens dann packen, wenn es so die letzte Welt überhaupt wäre. Weil das schließt sich der Kreis. Ach, das war auch irgendwie geil. Das habe ich auch immer gelesen, dass irgendwie eine Menge Mannschaften zu den ersten WMs gar nicht hingefahren sind. Genau. Weil irgendwie macht keinen Sinn. Nö, ist vernünftig. Vernünftig. Das ist richtig. Das ist gut. Das ist... Wie gut, dass Politik nichts mit Sport zu tun hat. Nö, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Wie kommst du drauf, dass sie da was Gemeinsames haben? Bist du bereit für das wahrscheinlich letzte Gruppenspiel? Also es wird definitiv das letzte Gruppenspiel sein. Kann man dieses eigentlich... Du bist doch Profi. Aber wahrscheinlich nicht das letzte. Konnte man dieses Spiel eigentlich auch im 1 gegen 1 machen? Gegen menschliche Spieler? Du, wenn es die Gruppe auslöst und das so... Ja... Sagen wir mal bestimmt hat, dann ging das. Da saßen zwei Deppen vom Computer und haben das gegeneinander gezockt. Ja, stimmt. Es gibt ja noch nicht mal eine Möglichkeit hier so für so ein Friendly oder ein Exhibition zu setzen. Genau. Nö, du kannst ja erstens die beiden Spiele in eine Gruppe reintun. Ja. Großartig, Freunde. Großartig. Jetzt, ich liebe auch, wie viele Modis du, Jas. Also... Da ist alles drin. Ja, das kannst du an deinem Finger abzählen. Gut, dann sage ich mal, dann beenden wir hier mal Video 2. Ja, und es gibt noch ein drittes Video. Und? The Saints go marching in. Stellt euch noch so im Hintergrund so eine Dixie-Band vor. Das ist übrigens auch schön auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern. Dann habt ihr meistens immer die... Die spielen genau das. Die spielen auch nur einen Song. Und den dann 8 Stunden lang. Da hilft kein Glühwein der Welt mehr. Bissige Waffen gibt es bei Ebay. Ja. Obwohl, gibt es ja auch diese ganz bekloppten... Na gut, über Radio-Spots, da könnten wir eine ganze Folge machen. Also, äh... Das Schönste ist... Mehr als genug. Das Schönste ist, irgendwo der Kick liegt. Das Kick liegt irgendwie. Ja, wir sind bei Kick und alle glücklich und halalala. Und da denke ich mir immer so, jetzt müsste man die Bilder aus Bangladesch drüberlegen. Glück. Und dann gucken wir nochmal. Ja, das ist politisch korrekt, meine Damen und Herren. Du könntest anfangen über Foxconn zu lassen, aber ich lasse das. So, ich mache hier... Ich drücke jetzt das Ö, damit ist die Aufnahme beendet. Möchtest du noch einen schönen Satz sagen? Drück Ö, bitte